So hallo und wie gesagt, hier machen wir gleich die direkte Fortsetzung vom Spiel. Scrapyard habe ich euch jetzt schon mal gezeigt, aber ich muss unbedingt noch ein Match machen. Und als Secondaire habe ich eine Schrotflinte eines Buzz. Die hasse ich aber. Ich glaube ich nehme Secondaire auch eine Handfeuerwaffe. Weil mit der einen kann ich einfach nicht umgehen. Ich muss nur schnell schauen, dass ich die Richtige fliste. Nicht Arktis, weil das kommt hier irgendwie scheiße. Und jetzt schauen wir mal wie das Match hier läuft. Scrapyard ist ja wie gesagt ein bisschen schneller. Es gibt nicht so viele Versteckmöglichkeiten. Genauso eigentlich wie Terminal. Ich liebe eher diese schnelleren Levels, wo es einfach mehr auf Reaktion ankommt. Wo man eigentlich Snipern zwar immer noch kann, aber relativ schnell entdeckt wird. Das sind hingegen auch so Karten wie Wasteland oder Subbase, wo man wirklich ein bisschen mehr Snipern kann. Ich glaube, es kennt ihr jetzt mittlerweile ein bisschen. Ähm, Gang und Giebel. Okay, also wir starten los. Letztes Mal hatten wir einen 23-12 Erfolg. Also es wird es nicht immer geben. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich glaube, ich werde schon mal durch. Die ersten haben wir schon mal. Alter. Alter, wir waren doch... Wir haben uns doch gesteckt gehabt, wollte ich gerade sagen. Aber anscheinend nicht so gut. Wir waren da drin, gut. Scheiße. Das ist kein Thema. Ja, was das... Ja, komm. Ja, noch. Diesmal sind wir auf der... Dings-Seite auf der Seite vorne dahin. Guten Jungs sozusagen. Schauen wir mal. Ja, der war jetzt gentligent. Der war auch gentligent. Schön, dass er gefördert worden ist. Oh fuck, alter, da war jetzt einer dieser berühmten Scharfschützen, wenn ich nicht Glück habe. Das wird zwar wieder mal nicht klappen, beim letzten Mal hat er schon mal nicht klappt. Doch, diesmal habe ich ihn. Jawohl, ich hoffe, es hat keiner irgendwas anderes noch. Das wäre geil. Bitte, weil da gibt es ein paar schöne Abschüsse. Also ich habe euch ungefähr leicht gelöst. Jetzt hoffe ich mal, dass es ein paar Abschüsse gibt, wenn es ein paar Hunde da gibt. Ja, komm. Ja, komm. Um... Okay. Alter. Wir kommen aber. So. Yeah, wollte ich auch ein paar hunderte. Oh fuck. Ich lauf mal weg. Und lauf dann da rein. Waren. Habe wieder einen. Oh fuck. Da war ein bisschen zu langsam dafür. Na gut. Das bleibt aber jedenfalls nicht schlecht. Ich bin schon. Auch wenn man, weil es jetzt nicht optimal läuft, aber. Oh komm. Da gibt es feindliche Vorräte. Das könnte noch knapp werden. Retter. Scheiße, das ist immer kacke. Ach komm. Ich versuche immer mal meine Pistole einzusetzen, aber leider klappt das nicht mehr. Jetzt komm, lauf bald. Ich hasse immer... Das war blöd von dem. Ich lasse da demnächst auch gleich hier rein oder andersrum. Ich versuche es mal von hier. Nein. Verdammt. Den wollte ich schlitzen. Ich bin eigentlich jeder Schlitzer. Hier ist keiner. Aha. Da vorne ist einer. Das ist einmal raus drin. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach den hab ich gehabt. Oh fuck. Komm komm komm. Ja. Scheiße, aber ich hab's geschützt. Ich hab's mir geschützt. Mir vom anderen geklaut. Jawohl, einen haben wir schon, durch das geschützt. Aufklärungskohle online. Jawohl, ich schreibe nochmal auf. Scheiße. Scheiße. Idiot. Nein, verdammt. Den zweiten hätte ich fast auch noch haben können. Schade. Aber jetzt sind alle da auf einem Haufen. Das heißt, es ist eine eher leichtere Beute. Wenn wir können. Die laufen aber durch. Die kommen dann raus. Waren wir zu Glück. Ah, da oben sind alle die Nutten. Zum Kotzen. Sind alle da oben drin und da oben. Ja komm. Den hab ich doch gehabt und gesehen. Zum Kotzen. Ja, super. Den haben wir jetzt gekriegt hier. Also heute kämpfe ich nicht so besonders. Ja, das gibt's doch nicht mehr, oder? Ich bin so scheiße. Ah, kacke. Es ist so scheiße gewesen. Zwar bester vom Team Sip zum 13, aber Sip 13 mal getötet. Das ist eine wirkliche Lammage für mich. Aber es ist okay. Wir haben gewonnen und das zählt eigentlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt in dem Ganzen. Und. Jo, genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder hören uns beim nächsten Mal. Und bis bald. Euer Fat Gamer. Ciao.